Willkommen zurück. Hier ist unser Überblick für das Fach Allgemeine Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Fangen wir an. Märkte und Preisbildung. Und das Erste, was wir uns anschauen müssen, sind die Marktformen. Und schon das ist eine Sache, die man am besten visualisiert. Hier sind wir. Schauen wir. Schauen Sie bitte immer erst auf den Bezugsrahmen. Schauen Sie nicht hier hin. Schauen Sie auf den Bezugsrahmen. Der Bezugsrahmen ist hier. Koordinatenkreuz sind das die Achsen und die Achsenbezeichnungen. Schauen Sie immer erst auf den Bezugsrahmen. Es geht um Anbieter und es geht um Nachfrager. Das ist das Erste, was Sie wahrnehmen müssen, wenn Sie so ein Bild wahrnehmen. Sie schauen oben links. Anbieter, Nachfrager. Das hier ist quasi die Skalierung. Es gibt viele, wenige, einer. Es gibt viele, wenige, einer. Also ein Anbieter, hier ein Nachfrager. Hier viele Nachfrager, viele Anbieter. Und dann landen wir in diesem Kästchen hier. Oder wenn wir wenige Nachfrager, wenige Anbieter, landen wir in diesem Kästchen und so weiter. Das ist das Prinzip. So, jetzt sollten wir uns als zweites, nachdem wir uns die Struktur hier klar gemacht haben, einprägen die wesentlichen Begriffe. Und die wesentlichen Begriffe sind hier in der Diagonalen. Da ist das Polypol. Poly heißt griechisch viele. Das heißt, viele Anbieter stehen vielen Nachfragern gegenüber. Dann ist das Oligopol hier. In diesem Fall ist es ein zweiseitiges, aber das lassen wir erstmal weg. Oligopol heißt einige wenige. Es kann einige wenige Anbieter und einige wenige Nachfrager geben. Und hier das Monopol. Zweiseitig lassen wir auch erstmal weg. Monopol bedeutet entweder ein Anbieter oder ein Nachfrager. Das gibt es auch. Theoretisch zumindest. So. Diese drei Begriffe müssen wir uns einprägen. Polypol, viele. Entweder viele Nachfrager, viele Anbieter. Oligopol, einige wenige. Und Mono, einer. Entweder ein Anbieter oder ein Nachfrager. Und wenn wir uns das klar gemacht haben, ist der Rest relativ einfach. Hier haben wir zum Beispiel auf der Anbieterseite einen Anbieter, viele Nachfrager. Das ist das Angebotsmonopol. Das ist das, was man vermeiden möchte. Wir haben über das GWB gesprochen. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Hier ist übrigens wieder eine Beziehung, die man herstellen kann. Man möchte das nicht. Denn wenn wir nur einen Anbieter haben, dann haben wir keinen Wettbewerb mehr. Und das Gesetz ist ja gerade gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Das heißt für Wettbewerb. Und Wettbewerb bedeutet, dass es eben auch mehrere Anbieter gibt, die untereinander um die Nachfrager konkurrieren. So soll es sein. Es gibt auch das andere Extrem. Gehen wir nach unten. Da gibt es einen Nachfrager und viele Anbieter. Es ist schwer, hier ein praktisches Beispiel zu finden. Das Nachfragemonopole mag es geben. Zum Beispiel in der Regel Rüstungsgüter. Da sind es in der Regel der Staat, der da nachfragt. Als Privatperson ist es nicht so einfach, da Waffen zu kaufen. Also das ginge so in die Richtung, wenn man mal gefragt wird, nennen Sie mal ein Beispiel für ein Nachfragmonopol. Dann könnte man sagen, der Staat für Rüstungsgüter. Ob das auch immer so stimmt, ist die Frage. Aber das kann man hier nennen. Und das Angebotsmonopol wäre, dass wir einen Anbieter haben und in dem Fall viele, viele Nachfrager. Auch hier wäre übrigens wieder der Staat dann zu nennen, der zumindest innerhalb des Systems legal das Angebotsmonopol hat für bestimmte Ausweise und Lizenzen und Patente und diese ganzen Dinge. Polipol, das ist ein reines Polipol hier. Viele Anbieter, viele Nachfrager. Was wäre hier ein Beispiel? Zum Beispiel der Coachingmarkt fällt mir gerade ein. Da gibt es viele, viele Coaches und viele, viele Einzelpersonen, die nachfragen. Das wäre vielleicht ein polipolistischer Markt. Dann haben wir hier das Angebotsoligopol. Einige wenige Anbieter und viele Nachfrager. Und da wird in der Praxis immer genannt der Benzinmarkt. Das sind einige wenige große Mineralölkonzerne und der Zigarettenmarkt. Einige wenige große Tabakfirmen. Das ist ein Angebotsoligopol. Und die Preise bilden sich hier nach anderen Gesetzmäßigkeiten, wie wir noch sehen werden, als im Polipol oder auch im Monopol. Hier wird es wieder schwer, ein praktisches Beispiel zu finden. Aber Angebotsoligopole, die gibt es. So, das soll genügen zur Betrachtung der Marktstruktur. Warum ist das wichtig? Weil es klar sagt, wo die Macht ist. Wenn wir sagen Marktformen, könnte man auch sagen Machtformen. Das Angebotsmonopol ist die extremste Form der Macht. Da gibt es keine anderen Anbieter mehr. Und damit kann man die Preise diktieren. Man kann die Mengen reduzieren. Man kann alles Mögliche machen, wenn man das Angebotsmonopol hat. Deswegen möchte man das nicht. Tut alles auch gesetzlich, um solche Bestrebungen zu verhindern. Es gibt allerdings auf der anderen Seite Kräfte wieder, die das wollen. Denn das ist natürlich wunderbar. Dann kann man die Preise diktieren. Kann man eigentlich alles diktieren. Vor allem, wenn es dann noch um Güter geht, die jeder braucht. Wie zum Beispiel Treibstoff für das Auto. Oder bestimmte Nahrungsmittel. Und deswegen gibt es hier klare Bestrebungen, Angebotsmonopole zu bilden. Schauen wir uns die nächste Unterscheidungsform an für Märkte. Geht ja um Märkte zunächst mal. Und wenn wir die Märkte geklärt haben, dann können wir uns über Preisbildung unterhalten. Aber vorher nicht. Erstmal müssen wir die Macht und Marktstrukturen verstehen. Bei den Märkten kann man weiter unterscheiden. In vollkommene und unvollkommene. Wenn Sie jetzt meiner Empfehlung folgend schon die Grundstrukturen der BWL durchgearbeitet haben, dann wissen Sie bereits, dass die Betriebswirtschaftslehre und natürlich auch die Volkswirtschaftslehre mit Modellen arbeitet. Modelle sind vereinfachte Abbildungen der Realität. Und eines dieser Modelle ist der vollkommene Markt. Das ist auch eine Modellüberlegung, anhand derer man dann argumentiert. Und deswegen müssen wir verstehen, was der vollkommene Markt ist. Der vollkommene Markt ist ein theoretischer Idealmarkt. Den gibt es in der Praxis nicht. Wenn eine Bedingung verletzt ist, dann sind wir beim unvollkommenen Markt. Also schauen wir uns die Bedingungen an. Dort agiert der Homo Ökonomicus. Das ist der Rationaldenker, den wir inzwischen schon kennengelernt haben. Der nach dem Minimal- oder Maximalprinzip handelt. Und wir haben bereits gesehen, den gibt es in Wahrheit auch nicht. Die Menschen handeln nicht rational. Die Menschen handeln durch Gefühle gesteuert. Durch Angst gesteuert. Durch Hoffnung gesteuert. Und nicht nach dem Rationalprinzip. Es gibt keine Präferenzen. Keine Präferenzen heißt keine Bevorzugungen. Das bedeutet, das was in der Praxis jeden Tag stattfindet. Nämlich, dass man bei einem bestimmten Menschen kauft, einfach weil der so freundlich ist. Oder weil der irgendwie noch ein klein bisschen Aufmerksamkeit oder Zusatzservice bietet. Oder weil der sich mal nach der Familie erkundigt. Das ist hier alles ausgeschlossen. Es gibt keine Präferenzen. Man kauft ganz knallhart nach dem Rationalprinzip. Man will entweder aus festen Mitteln das Maximale rausholen, das Maximalprinzip, das Haushaltsprinzip. Und hat dabei diese Präferenzen nicht. Man schaut nicht auf Freundlichkeit. Das wird hier unterstellt. Dann vollkommene Transparenz. Transparenz heißt ja Durchsichtigkeit. Jeder weiß alles. Jeder weiß auch sofort, wenn irgendwo was billiger ist und kann dann auch sofort, und das ist die nächste Prämisse, unendliche Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn irgendwo es billiger wird, dann sind sofort alle Nachfrager da. Raum und Zeit spielen in dem Fall im Prinzip gar keine Rolle, sondern man kann sofort reagieren. Das sind die Prämissen. Auch hier ist es gut, wenn man diesen Teil Grundbegriffe BWL schon studiert hat. Prämissen sind Annahmen. Das sind die Annahmen, die gelten müssen, dass wir einen Markt vollkommen nennen. Und es ist, glaube ich, schon klar geworden, dass dieser Markt nicht existiert. Der unvollkommene Markt bedeutet, mindestens eine Bedingung ist verletzt. Und jetzt können Sie beliebig hier, wenn der Prüfer jetzt hier in diesem Bereich ist, dann können Sie reden. Dann können Sie erst mal das hier alles beschreiben. Dann können Sie sagen, Homo Ökonomicus ist ja, und dann erläutern Sie noch mal das Maximal- und das Minimal-Prinzip. Nehmen wir es ruhig noch mal auf. Maximal-Prinzip aus festen Mitteln das Maximale rausholen oder Minimal-Prinzip ein festes Ziel mit minimalen Mitteln erreichen. Menschen sind durch Gefühle gesteuert, wenig durch Ratio. Das können Sie wunderbar erläutern. Reine Präferenzen. Wir alle haben Präferenzen, weil wir durch Gefühle gesteuert sind. Wenn wir jemanden sympathisch finden, kaufen wir bei dem, weil wir den Eindruck haben, dass wir dort gut aufgehoben sind. Und wenn mal ein Problem ist, dass der uns vielleicht auch hilft. Und der andere ist ein bisschen billiger, aber der ist uns unsympathisch und da kaufen wir eben nicht. Das würde der Homo Ökonomicus wahrscheinlich nicht tun. Der hat keine Präferenzen persönlicher Art. Präferenzen sind vor allem persönliche Bevorzugung. Sympathie und Antipathie. Und das wird hier herausdefiniert. Das gibt es hier nicht. Vollkommene Transparenz. Nun, das Internet hat uns hier ein bisschen in die Nähe geführt. Ich will nicht sagen, dass das Internet vollkommene Transparenz schafft, aber es führt uns eher dahin, als das, was wir vorher hatten. Und deswegen ist der Preiswettbewerb im Internet auch so hart, so brutal, weil man mit wenigen Klicks herausfinden kann, wo das Produkt irgendwo billiger ist. Da gibt es sogar Börsen, wo das verglichen wird und so weiter und so weiter. Also der Transparenz, die ist nicht vollkommen, aber der sind wir schon näher gekommen durch das Internet. Auch solche Dinge kann man erläutern hier, wenn das Stichwort kommt, und hier, wenn der Prüfer uns hier in diese Richtung führt, dann reden Sie bitte. So, unendliche Reaktionsgeschwindigkeit haben wir mit Sicherheit nicht, aber wir können schnell agieren, auch im Netz online bestellen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ist natürlich nicht unendlich schnell, aber es geht in die Richtung. So, das ist unser erster Teil hier. Die Marktformen und der vollkommene und der unvollkommene Markt. Alles Gute, Marius Ebert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.